Hallo, willkommen zur Morphologie. Das ist die vierte Woche. Wir beginnen mit der Wortbildung und zwar mit der Komposition. Der Überblick sieht diese Woche so aus. Wir werden erst noch mal ganz kurz wiederholen, was statische und volatile Merkmale sind. Dann geht es um die Wiederholung des Unterschieds von Wortbildung und Flexion. Wir reden dann über Produktivität und Transparenz. Das sind neue Begriffe jetzt an dieser Stelle. Wir werden über Köpfe von Komposita reden und verschiedene Arten von Komposita. Und ganz wichtig aus meiner Sicht auch über Kompositionsfugen. Ich habe eben schon gesagt, wir beginnen jetzt mit der Wortbildung in dieser Woche. Und wir überlegen jetzt erst noch mal, was Wortbildung genau eigentlich sein soll. Und dazu wiederholen wir die Begriffe statische und volatile Merkmale. Ich hatte gesprochen über Eigenschaften von Dingen. Das können Dinge sein, die wir anfassen können, also konkrete Dinge. Es können aber auch Wörter oder Sätze sein. Und als Beispiel hatten wir die Eigenschaft, der Erdbeere rot zu sein oder des Eiffelturms 325 Meter hoch zu sein. Und jetzt könnten wir für die Erdbeere 3 Zentimeter als Eigenschaft, 3 Zentimeter Länge als Eigenschaft angeben und so weiter und so weiter. Und ich habe dann vorgeschlagen, dass wir das auftrennen in Merkmale. Also Farbe, Länge oder Höhe wie auch immer und so weiter und die Werte, die diese Merkmale dann haben. Das heißt, statt von einer Eigenschaft zu sprechen, die das zusammenwirft, trennen wir das auf in Merkmale und Werte. Und das hat dann den Vorteil, wir können sagen, sowohl der Eiffelturm als auch die Erdbeere haben das Merkmal Farbe. Es hat halt unterschiedliche Werte. Also rot bei der Erdbeere, grau beim Eiffelturm. Ja, grau ist er wohl. Oder eben Länge, dann 3 Zentimeter bei der Erdbeere, der durchschnittlichen vielleicht. Und 325 Meter beim Eiffelturm. Ich habe dann argumentiert, dass wir linguistische Einheiten, wie zum Beispiel Wörter, jetzt komplett über ihre Merkmalsausstattung und die Werte, die diese Merkmale haben, spezifizieren können. Wenn wir das Wort Haus nehmen, die Wortform Haus, dann können wir sagen, sie hat eine Bedeutung. Die geben wir hier jetzt einfach mal mit Haus an, weil wir gerade nicht über Semantik sprechen. Die Wortklasse ist Substantiv, das Genus ist Neutrum und das hier sei jetzt einmal die Form im Nominativ Singular. Wenn wir Hauses haben, dann ändert sich hier Kasus und Numerus, da ändert sich der Wert zu Genus, beziehungsweise Numerus ändert sich nicht, bleibt Singular. Und wir sehen, es gibt hier Merkmale, da bleibt der Wert gleich und andere, da verändert er sich. Wie in dem Fall hier das Genusmerkmal und hier verändert sich jetzt der Numerus bei Häuser, bleibt gegebenenfalls, wenn wir einen entsprechenden Kontext dazu haben, könnten wir das sicher sagen, bleibt Nominativ gleich. Plural wird aber auf jeden Fall hier als Wert des Numerusmerkmals erscheinen, im Gegensatz zu Singular. Und wie gesagt, wir sehen hier, die fettgedruckten Merkmale ändern ihren Wert nicht und die anderen ändern ihre Werte, gegebenenfalls im Kontext und je nach Form. Und dann haben wir gesagt, bei einem lexikalischen Wort seien jetzt diese Merkmale statisch, das heißt, sie verändern ihren Wert nicht. Also bei Haus ist das die Bedeutung, die Wortklasse, das Genus, das ist bei allen Substantiven so. Und die volatile Merkmale verändern ihren Wert im sogenannten Paradigma, also zum Beispiel im Kasus Numerus Paradigma. Das sind einfach die Formen, Kasus Numerus Formen, die ein Substantiv haben kann. Und damit konnten wir dann sagen, was Wortbildung in Abgrenzung zur Flexion sein soll. Das waren nämlich dann immer die Fälle, wo sich statische Merkmale ändern. Also trocken ist ein Adjektiv, Trockenheit ein Substantiv. Da ändert sich der Wert des Merkmals, das die Wortklasse festlegt. Und außerdem ändert sich die Bedeutung, denn Trockenheit ist was anderes als trocken. Bei Kauf und Kaufrausch, da haben wir gesehen, wenn wir das zu einem Kompositum, Kaufrausch, zusammensetzen, dann verliert Kauf seine grammatischen Merkmale. Die Bedeutung geht in die Bedeutung des Kompositums ein, aber die grammatischen Merkmale gehen hier verloren. Wir sehen hier diesem Kompositum nicht mehr an, grammatisch gesehen. Das Kauf ein Substantiv war mit einem bestimmten Genus, das ist weg. Kauf kann auch nicht mehr flektieren an dieser Stelle. Und gehen und begehen, da habe ich argumentiert, dass sich die Bedeutung und die sogenannte Valenz ändern. Und zur Valenz kommen wir noch. Und wenn Sie es jetzt interessiert, gehen Sie einfach in die Woche 2 der Syntax-Vorlesung, denn da erzähle ich, was Valenz ist. Und das sind Wortbildungsprozesse, weil sich statische Merkmale ändern. Bei sowas wie laufen, wir laufen, zu ich laufe, da ändern sich volatile Merkmale. Also Merkmale, die sich sowieso im Satzkontext immer ändern. Personen und Numerus zum Beispiel. Genauso Münze, Münzen, Plural. Jedes Substantiv kann ein Plural bilden. Fast jedes Substantiv kann ein Plural bilden. Und da ändert sich dann das Numerusmerkmal. Das ist volatil, das ist Flexion. Das heißt, in 2 sehen wir Wortbildung, in 3 sehen wir Flexion. Und jetzt nochmal zusammengefasst, Wortbildung haben wir genau dann, wenn sich statische Merkmale ändern, also zum Beispiel Wortklasse und Bedeutung, oder sie werden gelöscht. Das hatten wir bei Kaufrausch hier oben. Da wird bei Kauf irgendwie die gesamte grammatische Merkmalsausstattung gelöscht. Und wir haben den Fall gesehen wie Gehen, Begehen. Da habe ich gesagt, dass die Valenz sich ändert. Das ist ein normalerweise statisches Merkmal. Das wird komplett umgebaut. Und dadurch erschaffen wir produktiv. Das heißt, auch wenn wir das jetzt gerade kreativ sozusagen tun wollen, können wir das machen. Das sind produktive Prozesse. Wir erschaffen neue lexikalische Wörter. Flexion hingegen ist die Änderung volatiler Merkmale und die damit einhergehenden Formänderungen. Und oft ist das eine Anpassung an den syntaktischen Kontext. Das ist gerade bei Kasus eigentlich genau der Punkt. Da wird an den syntaktischen Kontext die Form des Substantivs zum Beispiel angepasst. Und damit sind wir jetzt dann bei der Wortbildung. Wir fangen jetzt an, überlegen uns, wofür brauchen wir Wortbildung? Und was charakterisiert Wortbildung über die Änderung statischer Merkmale hinaus? Das ist ja erstmal nur eine sehr technische Definition. Wir haben einen virtuell, muss man natürlich sagen, unbegrenzten Wortschatz dadurch, dass wir Wortbildung haben. Dadurch, dass wir Verben nehmen können und mit einer bestimmten Endung, einem Affix, dann Substantiv draus machen können, haben wir die Möglichkeit, immer wieder neue Wörter zu erschaffen, ohne uns neue Wörter ausdenken zu müssen. Und gleichzeitig ist das System sehr gut durchschaubar, wie wir sehen werden. Also das Wortbildungssystem im Deutschen und in den meisten Sprachen ist sehr transparent. Das kann man sehr gut lernen. Und es gibt natürlich viele Einschränkungen und kleine Problemchen im Detail. Aber eigentlich ist das eine sehr klare Sache, wie wir hoffentlich sehen werden. Wenn wir uns über die Funktionen konkreter Wortbildungsprozesse jetzt Gedanken machen wollen, dann haben wir erstmal die Komposition. Das ist sowas wie Kaufrausch. Da werden zum Beispiel zwei Substantive aneinander gefügt. Und dadurch werden, ich habe das hier, komplexe Konzepte wiedergegeben. Schauen Sie sich sowas an wie Lötzinn-Schmelztemperatur. Da haben wir mehrere Kompositionsvorgänge. Das Deutsche macht sowas ja ganz gerne, im Vergleich zum Englischen zum Beispiel. Und dadurch haben wir natürlich jetzt hier ein Konzept ausgedrückt. Nämlich, naja, die Temperatur, bei der Lötzinn, also Zinn, den wir zum Löten verwenden, schmilzt. Sie sehen, ich kann das auch ausdrücken mit einem syntaktischen Konstrukt. Das ist dann aber länger und einfach umständlicher. Bei der Konversion, da reden wir dann auch noch im Detail natürlich drüber, habe ich das hier Reifizierung genannt. Das ist sowas wie Laufen zu Lauf. Das heißt, wir haben eigentlich bei dem Verb eine Ereignisbeschreibung und machen daraus so eine Art Objektbeschreibung. Also als wäre der Lauf ein Ding. Wir behandeln es zumindest sprachlich so. Und bei der Derivation, das ist sehr produktiv auch im Deutschen, haben wir ja eine Modifikation von Bedeutungen in sowas wie Unschön. Durch das Un hier bekommen wir eine Modifikation, sogar eine Umkehr im Grunde der Bedeutung. Oder wir können uns, ich habe das hier genannt, auf Teilaspekte von Konzepten beziehen. Wenn Sie sich sowas anschauen wie Fahrer. Das Verb fahren beschreibt ein Fahrenereignis. Da gibt es jemanden, der fährt, etwas, das gefahren wird und so weiter. Und dadurch, dass wir Fahrer bilden, fokussieren wir uns auf die Person, die fährt. Und das ist hier gemeint mit Teilaspekte von Konzepten. Also wir reden nicht mehr über Fahren an sich, sondern über jemanden, der fährt. Das heißt, wir fokussieren auf jemanden, der daran beteiligt ist. Das Hauptproblem bei der Wortbildung, ich habe gesagt, das System an sich ist sehr gut transparent, durchschaubar, ist die Frage, welche Bildungen jetzt eigentlich produktiv sind. Und da reden wir jetzt gleich nochmal drüber. Bevor wir das tun, ganz kurz noch die Funktion von Wortbildung in der Bildungssprache. Die Wortbildung, würde ich sagen, ist einer der Kerne der Bildungssprache. Sie kann sowohl verdichten als auch präzisieren. Sie haben es eben gesehen bei der Lötzinschmelztemperatur. Dadurch habe ich unglaublich verdichtet gegenüber dem syntaktischen Konstrukt, das ich auch hätte verwenden können. Und ich kann natürlich sehr präzise sein. Dadurch, dass ich zum Beispiel blau-bläulich bilde, dann habe ich die präzisere Möglichkeit, zum Beispiel einen Farbton zu bezeichnen. Dadurch, durch diese Möglichkeiten und noch ganz andere Möglichkeiten der Wortbildung, kann ich natürlich das, was ich sage, was ich ausdrücke, optimieren. Das heißt, ich kann kompakt und genau sagen, was ich sagen möchte. Und da ist Wortbildung ein wichtiges Hilfsmittel im Deutschen. Also, möglichst kurz und maximal verständlich. Das Unterrichten von solchen Regularitäten, wie diesen Funktionen, die ich hier angesprochen habe, ist allerdings in der Wortbildung, finde ich, relativ schwierig. Wir können nicht so etwas sagen, wie, wenn du jetzt kommunikativ irgendetwas erreichen möchtest, habe ich jetzt hier einfach X genannt, dann nimm eine Derivation auf Ich-Kite. So funktioniert das nicht. Das heißt, wir müssen die elementaren Funktionen der Wortbildung unterrichten und dann üben, wie man damit eine Kommunikations- oder gar Textplanung unterstützt. Also, so funktioniert das nicht mit solchen einfachen Anweisungen. Wir brauchen eine gute Beherrschung des formalen Systems. Also, was kann ich überhaupt mit der Wortbildung erstmal grammatisch und dann eben auch semantisch machen? Und dann, wenn ich das gut beherrsche, kann ich eine globale Optimierung meiner Kommunikation und meines schriftlichen Ausdrucks erreichen. Und damit kommen wir jetzt zur Komposition. Und das ist im Deutschen ein ganz wichtiges Mittel genau zum Erreichen dieser bildungssprachlichen Ziele. Und da schauen wir uns jetzt einfach mal an, was Komposition genau ist und dann vor allem Beispiele dafür. Komposition haben wir immer dann, wenn ich einen Stamm nehme und einen weiteren Stamm und bilde daraus einen neuen Stamm, der dann aus diesen beiden Stämmen besteht. Das ist die abstrakte Beschreibung von Komposition. Wir haben das ganz produktiv im Deutschen beim Substantiv. Also, zwei Substantive bilden ein neues. Zum Beispiel Kopfhörer, Lautsprecher, Kraftwerk, Lehrveranstaltung, Roteiche. Rot ist jetzt kein Substantiv, aber es ist trotzdem die Aneinanderfügung von zwei Stämmen. Laufschuhe, Essbesteck, Fertiggericht, Feuerrot. Gut, wir haben es hier jeweils mit zwei Stämmen zu tun, die ein neues Wort bilden und zwar einen neuen Stamm. Und ich kann diesen Stamm nehmen und jetzt zum Beispiel flektieren oder andere Wortbildungen damit betreiben. Aber ich habe eben schon gesagt, das Problem ist immer die Frage, was davon ist produktiv gebildet? Und zur Produktivität gehört der Begriff der Transparenz. Die schauen wir uns jetzt beide an. Denn alle Beispiele auf dieser vorherigen Folie waren im Ganzen lexikalisiert. Was heißt das? Das sind vergleichsweise häufig vorkommende Komposita, die überwiegend eine speziellere Bedeutung haben oder eben eine idiosynkratische Bedeutung als die Zusammensetzung dieser beiden Wörter, die da verwendet werden, um das Kompositum zu bilden, vermuten lässt. Die Art ihrer Bildung ist trotzdem gut erkennbar und wir können immer nachvollziehen, wie es zur Bildung dieses Kompositums jeweils kam. Erwachsenen Sprechern ist das dann auch bewusst oder sie können es sich bewusst machen. Wir haben da schon darüber gesprochen, dass das bei Kindern nicht so gut funktioniert, bis zu einem gewissen Alter, vier Jahre, sowas in der Gegend. Das heißt, die sind transparent gebildet, das bedeutet, die Bildung auch bei einer abweichenden Gesamtbedeutung des Kompositums kann rekonstruiert werden. Produktiv ist halt was anderes. Das wäre die Neubildung durch Sprecher in einer gegebenen Situation. Wenn ich jetzt also ein Wort bilde, das ich noch nie zuvor benutzt habe und tue das, indem ich Komposition anwende, dann ist das eine rein produktive Bildung. Und die meisten oder viele Kompositor, die wir benutzen, naja, die haben wir halt als Kompositum als Ganzes gelernt. Und die Sprachgemeinschaft hat diese Kompositor eingeführt, um bestimmte Konzepte zu bezeichnen. Das machen wir aber nicht individuell, wenn wir in dem Moment sprechen. Produktivität müssen wir deshalb also graduell auffassen, denn es hängt ja letztlich am Individuum, wenn man ein Kompositum benutzt, ob man das nun schon oft gehört hat oder wirklich gerade frisch in dem Moment, in der Sprechsituation bildet. Das ist also graduell und auch für die gesamte Sprachgemeinschaft ist das ein gradueller Prozess. Und wir können dann solche Ketten aufstellen von mehr oder weniger produktiven Bildungen. Also Buchbutter, das habe ich mal irgendwann gebildet, als ich diese Folien hier gemacht habe. Und das war so halt ein Wort, wo ich ziemlich sicher war, dass weder ich noch Sie das jemals benutzt haben. Das stimmt natürlich für mich jetzt schon nicht mehr, weil ich diese Vorlesung nicht das erste Mal halte. Aber okay, Buchbutter, vielleicht ist das irgendein Produkt, mit dem man Bücher konservieren kann oder so. Keine Ahnung, es könnte ja sein. Eine Batterieschublade? Nun, Sie haben vielleicht keine Batterieschublade, Sie haben vielleicht das Wort noch nie benutzt. Selbst wenn Sie eine Batterieschublade haben, so wie ich, haben Sie vielleicht noch nie dieses Wort benutzt. Aber irgendwie haben wir den Eindruck, naja, also im Gegensatz zu Buchbutter ist es schon sehr wahrscheinlich, dass dieses Wort irgendwann von irgendwem und zwar nicht nur einmal benutzt wurde. Ja, bei Laufschuhe sind Sie sich jetzt wahrscheinlich alle ziemlich sicher, dass Sie das schon mal gehört haben. Auf jeden Fall ist aber das Wort Laufschuhe noch komplett transparent. Das heißt, das sind Schuhe zum Laufen, das sehen wir dem Wort sofort an. Und bei Hundstage haben wir eine andere Situation, das ist überhaupt nicht produktiv. Und auch die Bedeutung ist in keiner Weise transparent. Das hat so im Sprachgebrauch mit Hunden nichts mehr zu tun. Das ist einfach eine Folge von sehr warmen Tagen und natürlich ein Film von meinem Lieblingsregisseur, dem Uli Seidel. Wir haben jetzt gesehen, was Komposition ist und einige Eigenschaften von Komposition schon kennengelernt, nämlich zum Beispiel Transparenz und oder Produktivität. Eine andere wichtige Eigenschaft des Prozesses der Bildung von Kompositor ist Rekursion. Und zwar illustrieren wir das einfach mal hier an Bushaltestellenunterstandsreparatur. Und wir stellen das wieder so als Baum dar, wo wir jeweils aufteilen, aus welchen Bestandteilen, Konstituenten. Das Ganze besteht Bushaltestellenunterstandsreparatur besteht aus Bushaltestellenunterstand und Reparatur. Und da kommt dann hier noch so ein sogenanntes Fugenelement dazwischen. Bushaltestellenunterstand besteht aus Bushaltestelle und Unterstand. Und wir können diese jeweils auch noch weiter zerlegen. Bis wir am Ende bei Bestandteilen sind, dieses komplexen Kompositums, die wir nicht mehr weiter auf diese Weise zerlegen können. Das heißt, wir sind am Ende angekommen bei den Wörtern Bus, Halten, Stelle, Unter, Stand und Reparatur. Und was wir hier einfach unterstellt haben, ist, dass das Ganze immer binär funktioniert. Dass wir also eigentlich immer zwei Stämme zusammenfügen zu einem Neuen und nicht diese ganzen Stämme hier oben in einem. Und dafür kann man auch ausführlich argumentieren, weil zum Beispiel die Bedeutung offensichtlich immer so zusammengesetzt wird. Und davon gehen wir einfach jetzt erstmal aus, dass das immer binär passiert. Also es werden immer nur zwei Elemente pro Schritt sozusagen zusammengefügt. Dadurch bekommen wir hier so eine hierarchische Struktur durch eben wiederholte Anfügung von immer wieder einem neuen Wort. Wir bilden Haltestelle und fügen dann Bus hinzu und fügen dann wieder was anderes hinzu. Und am Ende kommt die Reparatur noch dran. Und dadurch bekommen wir eben durch die Wiederholung dieses Kompositionsvorgangs so eine komplexe hierarchische Struktur. Und das ist eine rekursive Anwendung einer Regel. Also Rekursion ganz allgemein gesprochen haben wir immer dann, wenn eine Verknüpfung von Dingen, zwei Wörtern wie in diesem Fall, als Ergebnis eine Einheit hat, die ich wieder auf dieselbe Weise verknüpfen kann. Und genau das haben wir hier. Sobald ich die beiden Wörter zusammengefügt habe, als Kompositum Haltestelle, kann ich ein weiteres Wort, egal wie komplex das ist, anfügen und bekomme wieder ein Wort. Und zwar ein Kompositum. Das ist Rekursion. Trotzdem muss man davon ausgehen, dass in der Linguistik oder bei linguistischen Phänomenen diese Rekursion immer eingeschränkt ist. Also wenn Sie das aus der Informatik zum Beispiel kennen, dann geht man davon aus, dass das dann immer endlos möglich ist. Auch da wissen Sie, wenn Sie versuchen, ein Computerprogramm zu schreiben, was das endlos oft macht, funktioniert das auch nicht. Oder es wird halt nie fertig und irgendwann ist der Speicher verbraucht. Und genauso ist es in der Linguistik nur da eben aus noch viel fundamentaleren Gründen. Da kann man sich jetzt mit ganz vielen Linguisten sehr lange drüber streiten, ob wir Rekursionen wirklich haben oder ob das Gehirn das nur so simuliert sozusagen. Das tun wir hier nicht. Wir halten nur fest, man kann das zwar im Prinzip immer wieder tun, aber irgendwann ist Schluss, weil wir das Wort einfach auch nicht mehr verstehen, was dann da, wenn das immer länger wird, was da rauskommen soll. Wir haben bei unserer kleinen Syntax-Betrachtung schon über Köpfe gesprochen. Köpfe, das waren ja immer die wichtigsten Elemente in einer Phrase. Und das haben wir jetzt auch in der Wortbildung. Und zwar die grammatisch wichtigsten, im Sinne von, sie bestimmen die Eigenschaften des gesamten Produkts der Phrase oder jetzt hier des Kompositums. Lautsprecher, Kraftwerk, das sind die Wörter von vorhin, Laufschuhe, Essbesteck, Feuerrot. Ja, und was sind da jetzt die Köpfe? Ganz einfach, der Kopf steht immer rechts im Kompositum und bestimmt alle grammatischen Merkmale des Kompositums und auch die statischen Werte. Sprecher, Werk, Schuh, beziehungsweise Schuhe, Besteck, Rot. Das sollen also die Köpfe sein. Der Nichtkopf hingegen ist immer das, was dann im Kompositum links steht, also immer links, verliert alle grammatischen Merkmale, aber die Bedeutung geht natürlich in die Gesamtbedeutung des Kompositums ein. Schauen wir uns das mal an. Laut in Lautsprecher. Das ist eigentlich ein Adjektiv. Das Kompositum Lautsprecher ist aber ein Substantiv. Und das Laut ein Adjektiv eigentlich ist, das sehen wir diesem Kompositum grammatisch nicht mehr an. Da flektiert nichts mehr wie ein Adjektiv zum Beispiel. Kraft in Kraftwerk verliert Wortklasse, Genus und so weiter. Also Kraftwerk ist ein Neutrum. Kraft ist ein Femininum. Dass Kraft ein Femininum ist, hat überhaupt keine Auswirkungen auf das Kompositum Kraftwerk. Das flektiert wie ein Neutrum. Das flektiert genauso wie Werk und überhaupt nicht so wie Kraft. Jetzt steht da, verliert seine Wortklasse. Da kommt immer der Einwand, aber wieso denn? Das sind doch Kraft und Werk, sind beides Substantives, kommt heraus ein Substantiv. Da muss man eben aufpassen. Das liegt nur daran, dass das im Ergebnis ein Substantiv ist, weil Werk ein Substantiv ist. Das Erstglied verliert, wie wir hier sehen werden in dieser Liste, immer seine Wortklasse. Denn zum Beispiel in Laufschuhe, Laufen verliert seine Wortklasse. Essbesteck, da steckt auf jeden Fall der Verbstamm drin, denn ansonsten wäre es Essen, Essensbesteck, so heißt es aber nicht. Also Essen verliert hier als Nichtkopf seine Wortklasse. Und in Feuerrot haben wir schließlich die Situation, dass das Substantiv Feuer seine Wortklasse verliert in dem adjektivischen Kompositum Feuerrot. Natürlich, die Bedeutung von Feuer geht irgendwie ein. Ja, aber dass Feuer mal ein Substantiv war, hat auf das grammatische Verhalten von Feuerrot überhaupt keine Auswirkungen. Und damit haben wir jetzt eigentlich die wichtigsten allgemeinen Eigenschaften von Komposita schon erfasst. Sie wissen jetzt, wie Komposita im Deutschen funktionieren. Jetzt gebe ich Ihnen noch ein bisschen einen Einblick in einige Untertypen. Und zwar gar nicht so viele. In anderen Darstellungen finden Sie mehr von diesen Typen. Ich lasse die weg, die sowieso fast nie vorkommen. Ich zeige Ihnen die, die sehr häufig sind. Die eine hohe Typenhäufigkeit haben. Und das sind Determinativkomposita, wie Schulheft, Regalbrett und so weiter. Da können wir einen bestimmten Test machen. Wir machen jetzt mehrere Tests, um zu gucken, ob etwas ein Determinativkompositum oder ein anderer Typ ist, wie wir nachher sehen werden. Wir machen den Kopfkerntest. Der geht so. Wir nehmen das Kompositum, ein Schulheft und nehmen den Kopf dieses Kompositums in so einer Konstruktion mit sein. Ein Schulheft ist ein Heft. Wir bilden diesen Satz. Und wenn der Satz semantisch, also korrekt ist, dann besteht dieses Kompositum den Test. Ein Regalbrett ist ein Brett. Beide diese Wörter, Schulheft und Regalbrett, bestehen diesen Test. Dann haben wir den Nichtkopfkerntest. Da machen wir eigentlich dasselbe, nur mit dem Erstglied, also dem Nichtkopf. Ein Schulheft ist eine Schule. Nein, das stimmt nicht. Ein Regalbrett ist ein Regal. Nee, das ist ein Teil eines Regals, aber aus einem Brett wird noch kein Regal. Dann können wir den dritten Test machen. Oder mehrere Tests eigentlich. Das sind Direktionstests. Bei einem Schulheft heftet, verheftet, behäftet etc. etc. jemand eine Schule. Das heißt, wir nehmen das Zweitglied und gucken, ob es da irgendein Verb zugibt. Und bilden einen Satz von dieser Struktur hier. Und egal was wir da tun, da kommt eigentlich nur Unsinn raus in diesem Fall. Genauso bei Regalbrett. Bei einem Regalbrett, brettert, verbrettert, bebrettert, denken sich was aus. Das wird alles irgendwie nie stimmen. Jemand ein Regal. Das heißt, wir sehen, der Kopfkerntest wird bestanden. Der Nicht-Kopfkerntest wird nicht bestanden. Und die Rektionstests, zumindest diese hier, auch nicht. Der zweite Rektionstest scheitert auch. Ein Schulheft heftet, verheftet, behäftet eine Schule. Das ergibt auch keinen Sinn. Sie sehen aber gleich, für welche Komposita dieser Test erfolgreich ist. Ein Regalbrett, brettert, verbrettert und so weiter. Ein Regal, das geht auch nicht. Jetzt werden Sie sagen, was sind das denn für komische Tests? Ja, gleich kommen die Typen von Komposita, bei denen diese Tests hier unten tatsächlich gelingen. Wenn wir aber diese Situation haben wie hier, der Kopfkerntest gelingt, der Rest misslingt, das heißt, es kommen Sätze heraus, die man gar nicht richtig bilden kann, weil man gar nicht weiß, was das Verb sein soll zum Kopf oder die Sätze stimmen einfach nicht. Also sie sind semantisch nicht korrekt. Dann haben wir es mit einem Determinativkompositum zu tun. Und damit kommen wir dann jetzt zu den anderen Komposita, die jetzt eigentlich relativ ähnlich sind, aber eben besondere Eigenschaften haben. Und zwar geht es um Rektionskomposita vom Typ 1, wie Hemdenwäsche, Geldfälschung und so weiter. Wir machen den Kopfkerntest. Eine Hemdenwäsche ist eine Wäsche. Ja. Eine Geldfälschung ist eine Fälschung. Ja. Das heißt, die sehen bis hier so aus wie die Determinativkomposita. Wir machen den Nicht-Kopfkerntest. Eine Hemdenwäsche ist ein Hemd. Nein, kann man nicht sagen. Eine Geldfälschung ist Geld. Nein, auch nicht. Und wir sehen, die sehen wirklich erstmal so aus wie Determinativkomposita. Und man könnte auch argumentieren, dass sie ein Untertyp der Determinativkomposita sind. Aber wir führen den Rektionstest vom Typ 1 aus. Bei einer Hemdenwäsche werden Hemden gewaschen. Und Sie sehen, im Vergleich zu Schulheft geht das hier. Bei einer Geldfälschung wird Geld gefälscht. Auch das geht. Wir finden zu Wäsche und Fälschung ein Verb und können dann das Erstglied, also den Nicht-Kopf, wie ein Objekt dieses Verbs verwenden. Der Kopf ist in diesen Fällen oft mit Um oder sowas von einem Verb abgeleitet. Also bei Wäsche haben wir so eine andere Art von Ableitung. Waschen, Wäsche. Okay. Um ist ganz typisch, aber mitnichten das Einzige, was wir da haben können. Ja, und der Nicht-Kopf verhält sich zu diesem Kopf dann wie ein direktes Objekt sich zu diesem Verb verhalten würde. Und deswegen nennt man die Rektionskomposita, weil da sozusagen, ja, da ist sowas ähnliches am Werk wie Objekt Rektion, also Kasus Rektion. Es gibt jetzt noch einen zweiten Typus Rektionskompositum. Das sind solche wie Hemdenwäscher, Geldfälscher und so weiter. Das heißt, die verhalten sich wiederum genauso eigentlich bis hierhin wie normale Determinativkomposita. Ja, der Reaktionstest vom Typ 2 gelingt hier aber. Ein Hemdenwäscher wäscht Hemden. Und ein Geldfälscher fälscht Geld. Der Kopf ist hier allermeistens von einem Verb mit ER abgeleitet. Das ist der ganz, ganz typische Fall. Und der Nicht-Kopf ist wieder wie ein direktes Objekt zu dem Verb, aus dem der Kopf gebildet wurde. Also hier waschen und fälschen. Und der Kopf allerdings verhält sich wie ein Subjekt des zugrunde liegenden Verbs. Das sehen wir hier. Ein Hemdenwäscher wäscht Hemden. Ein Hemdenwäscher ist das Subjekt. Wäscht das Verb. So, das sind die wesentlichen Typen. Es gibt noch andere. Ja, Kopulativkomposita werden öfter mal zitiert. Da würde der Nicht-Kopf-Kerntest gelingen. Das können Sie sich ja mal angucken, wenn Sie das interessiert. Das steht wahrscheinlich sogar in Wikipedia oder in Morphologie-Einführungen. Das sind aber Typen, die so selten sind, dass ich auf sie nicht eingehe. Das, was ich Ihnen jetzt hier gezeigt habe, Determinativkomposita und die beiden Typen Rektionskomposita, das sind die produktiven Bildungen im Deutschen. Die machen das ganz massive Gros der Kompositionsbildungen im Deutschen aus. Damit wissen Sie jetzt, was Komposita sind, was Köpfe von Komposita sind, was wichtige Eigenschaften von Komposita sind und Sie kennen die wesentlichen Untertypen, nämlich die beiden Arten Rektionskomposita und Determinativkomposita. Es gibt jetzt im Wesentlichen noch eine grammatische Eigenheit, Besonderheit von Komposita, die Sie mal ausführlich gesehen haben sollten. Und das sind die sogenannten Kompositionsfugen bei Substantiv-Substantivkomposita. Also wir sind jetzt nicht bei Feuerrot oder so was oder Roteiche. Wir sind wirklich bei Fällen, wo zwei Substantive aneinandergefügt werden. Hier haben wir ein paar Beispiele, Gartentür, Gelegenheitsdieb, Katzenpfote, Frauenstimme, Kirschkuchen, Geschenkeladen und so weiter. Und was Sie hier schon sehen ist, ich habe die hier mit so einer Notation auch voneinander abgetrennt. Okay, da reden wir nochmal drüber. Was Sie aber sehen ist, dass außer den beiden Stämmen da immer, zumindest bei den ab der zweiten Zeile, noch etwas dazukommt. Da ist was Besonderes, nämlich hier das S, das N, das E-N. Ja, und dann hier, da fehlt eigentlich was. Sie sehen schon, hier steht Sternchen E. Na, da ist von Kirsche das Ä gelöscht worden. Und dann haben wir Ä in Geschenkeladen, Kinderbuch und so weiter. Einige davon sehen aus, als wären es Plurale. Katzenpfote zum Beispiel. Katzen, ja warum denn nicht Plural? Wenn Sie eine Katze haben und die hat vier Pfoten, ja dann haben Sie ja nicht mehrere Katzen. Warum sollte das ein Plural sein? Aber ich greife vor. Wichtig ist die Frage hier erstmal, wann treten die überhaupt auf? Und meistens treten sie nicht auf. Wenn Sie sich, das ist aus einer Korpusstudie, die ich mit einer Kollegin zusammen gemacht habe, anschauen, in einer sehr großen Textdatenbank, bei wie viel Prozent der Komposita das jeweils vorkommt, diese sogenannten Fugenelemente, dann sehen Sie bei 60 Prozent der Komposita tritt gar nichts auf. Dann ist das S noch recht häufig, bei fast 24 Prozent, bei ungefähr 10 Prozent sind wir mit dem einfachen N, bei dem EN sind es dann nur noch 3 Prozent und dann geht das sehr schnell in wirklich Reste eigentlich nur noch über. Das heißt, wir haben zwar meistens kein Fugenelement, aber doch in einigen Fällen Fugenelemente. Die Frage ist letztlich, was tun die da? Auf jeden Fall bestimmt das Erstglied, also der Nichtkopf, darüber, welches Fugenelement zum Einsatz kommt. Substantive mit S Plural, also sowas wie Kaffee, Kamera, die den Plural Kaffees, Kameras bilden, treten niemals mit der S-Fuge auf. Das ist erstmal schon mal erstaunlich. Also die Nichtköpfe, die in ihrer Flexion eigentlich eine Form, eine Pluralform mit S haben, die tun das im Kompositum niemals. Wann tritt die S-Fuge, also das Fugenelement S typischerweise auf? Naja, ganz, ganz typisch bei abgeleiteten, derivierten Substantiven auf Heid, Keid, Tum und so weiter. Da reden wir nächste Woche drüber, auch noch über diese Bildungen. Ja, und bei denen tritt ganz typisch die S-Fuge auf. Fällt Ihnen was auf? Das sind ganz typisch Femininer, also Gelegenheit oder sowas. Und naja, bei Femininer kommt das S in der normalen Flexion nie vor. Da taucht eine Form auf im Kompositum, die sonst gar nicht existiert. Und das deutet darauf hin, dass wir im gegenwärtigen Deutschen diese Fugen nicht mehr auf irgendwie Flexion beziehen können. Starke und gemischte Maskuliner, sogenannte starke und gemischte Maskuliner, haben manchmal die S-Fuge. Und da sagen dann Leute, naja, das könnte doch jetzt der Genitiv sein. Weil starke und gemischte Maskuliner, wie alle Maskuliner, bilden ja den Genitiv-Singular auf S. Warum soll das jetzt nicht ein Genitiv sein? Und da kann man fragen, welche Funktion soll der Genitiv im Kompositum überhaupt haben? Und lassen sich Kompositor mit S-Fuge in einen Genitiv umformulieren? Und ich zeige Ihnen jetzt die Beispiele. Freundeskreis. Da stecken Freund und Kreis drin. Und wir haben diese S-Fuge. Und die sieht aus wie die Genitivform von Freund, des Freundes. Ja, aber ist der Freundeskreis jetzt der Kreis des Freundes? Also bei mir nicht der Geschlechtsverkehr. Ist das der Verkehr des Geschlechts? Und kommen Sie mir jetzt nicht mit, na gut, aber der Geschlechter und der Freunde. Dann wäre die Frage, warum soll da die Genitiv-Singular-Form stehen, wenn dann Plural-Bedeutung gemeint ist? Das kommt ja auch nicht aus. Berufstätigkeit ist nicht die Tätigkeit des Berufs. Und der Auslandsaufenthalt ist nicht der Aufenthalt des Auslands. Sie sehen, man kann das nicht zuverlässig in einen Genitiv umformulieren. Warum soll es dann ein Genitiv sein im Kompositum? Das verstehe ich nicht. So, die S-Fugen treten außerdem eben manchmal, wie schon erwähnt, an Feminina. Und ganz typisch, wie gesagt, bei diesen abgeleiteten Wörtern. Und da ist der Genitiv sowieso nicht möglich. Das heißt, da kann das garantiert nicht Genitiv-Bedeutung sein. So, manchmal funktioniert das hier. Sie werden vielleicht jetzt sofort auf Compositor kommen, wo man diese Umformulierung machen kann. Aber ganz oft geht es eben nicht. Warum soll das Genitiv sein? Selbst wenn das eine Form wäre, Gelegenheitsdieb, der Dieb der Gelegenheitssinn, das funktioniert dann gar nicht. Das wollte ich Ihnen auf jeden Fall noch mitgeben, dass diese Fugenelemente keine klar benennbare Funktion haben. Man kann nicht sagen, dass die, die aussehen wie ein Plural des Erstgliedes, dass die Plural-Bedeutung hätten. Da gibt es so ein bisschen Ausnahmen. Das habe ich mit der Kollegin untersucht. Das würde jetzt hier viel zu weit führen. Und die, die aussehen wie ein Genitiv, die haben eigentlich keine wirkliche Genitiv-Funktion. Und ganz oft sieht das zwar aus wie ein Genitiv, aber es kann nicht mal formal einer sein. In der nächsten Woche geht es mit der Wortbildung weiter. Wir reden über die beiden anderen Typen, nämlich Derivation und Konversion. Das funktioniert anders als Komposition und ich empfehle Ihnen eigentlich immer, sich die Abschnitte im Buch nochmal anzusehen, bevor Sie sich die Vorlesung anschauen. Zumindest aber als Nachbereitung. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.